Ja, nächste Programm-Vorschau am Stadt hat mir die Diana gestern geschickt. Heute haben wir den 22.10.2021. Ja, finde ich auch wirklich einen bärenstarken Beitrag. Deswegen habe ich da jetzt hier auch einen Spiegel draus gebastelt. Und das könnt ihr dann gerne schauen bei VK, bei BitChute, bei Rumble, bei Odyssee, die sich den Trailer bei WEC News TV aufrufen. Einen entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.